Heute gibt es eine riesige Vielfalt einzigartiger Rebsorten. Sie haben sich durch die Auswahl der Winzer und Züchter seit Beginn des Weinbaus entwickelt. Die Rebsorten werden in Feldsammlungen für die Zukunft aufbewahrt. In der Sammlung der ZHW auf der Halbinsel Au werden etwa 250 verschiedene Rebsorten unterhalten. Aufgrund einer steigenden Frequenz an extremen Klimaereignissen und aggressiven Schädlingen sind die Reben in solchen Sammlungen einem zunehmenden externen Stress ausgesetzt. Dies kann zu Beschädigungen der DNA führen oder den Verlust von einzelnen Sorten zur Folge haben. Ein neuer Lösungsansatz, welcher zurzeit an der ZHW untersucht wird, ist die Kryokonservierung. Für die Kryokonservierung werden die Rebsorten auf einem künstlichen Nährmedium in Kultur genommen und vermehrt. Anschließend werden die Knospen mit verschiedenen Frostschutzmitteln repariert und in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingelagert. Nach einer beliebig langen Periode können die Knospen aufgetaut und zu neuem Leben erweckt werden. In unserem Versuch möchten wir herausfinden, ob dieser Prozess Auswirkungen auf die Mutationsrate hat. Dazu wird bei jedem Prozessschritt das Erbgut der Probe mit der DNA der Feldkultur verglichen. Die Kryokonservierung soll dabei nicht die Feldsammlungen ersetzen, sondern als ergänzendes Backup den Fortbestand der genetischen Vielfalt garantieren. Die ZHW ist in diesem Forschungsbereich an vorderster Front mit dabei. Wir leisten damit einen Beitrag für die Sicherung der genetischen Ressourcen und einer sichereren Zukunft.